Abdallah Ibn Umar Abu El-Tscher-Nasir Adin Al-Baidawi war ein islamischer Rechtsgelehrter und Korankommentator persischer Abstammung. Er wurde in einer Stadt namens Al-Baidah in der Provinz Fas, nördlich der Hauptstadt Shiraz, geboren. Sein Geburtsdatum ist unbekannt, fällt jedoch in die Amtszeit des Atabeks Abu Bakr B. S.A.D.I., unter dem sein Vater als Oberrichter diente. Seine Ausbildung erhielt er in Bagdad. Er übte in Shiraz das Amt des Oberrichters Kadhi Al-Qadad aus und gehörte der Rechtsschule der Schafiiten an. Er stand im Ruf großer Gelehrsamkeit und bearbeitete unter anderem juristische, theologische, historische und sprachwissenschaftliche Themen. Die größte Wirksamkeit entfaltete seine Koranexegese. Al-Baidahwi starb in Shiraz. Er wurde in einem Ort namens Juruntab begraben. Sein Todesdatum ist unklar und liegt zwischen 1286 und 1293 Werke. Al-Baidahwi verfasste seine zahlreichen Werke zu verschiedensten Themen, meist in arabischer Sprache. Das bekannteste Werk Al-Baidahwis ist sein Korankommentar. Dieser orientiert sich streng an als amachsicheres Korankommentar. Al-Kaschaf an Hakfaik et Tansil. Beeinigt um die Lehren der Emu Tassile und gestützt auf weitere Quellen, er wurde zum Standardwerk in der islamischen Welt. 1846 bis 1848 wurde das Werk als einer der ersten Korankommentare unter dem Titel bei Tavikommentarius in Koranum ex Codd. Parisensibus von Heinrich Leberecht Fleischer in Leipzig veröffentlicht.